Herzlich Willkommen beim großen Heiligen Kreuzer Klostermarkt. Viele schöne Kontakte und Begegnungen. Vielen Dank, dass ihr jedes Jahr da seid und mit eurer Musik diesen Kreuzer Klostermarkt begeistert. Ganz herzlich Willkommen. Jetzt begrüßen wir unseren lieben Abt Maximilian Heim. Dass so viele Klöster auch mitmachen jedes Jahr, auch das ist ein wunderbares Zeichen der Einheit und der Gemeinschaft. Trinken Sie und freuen Sie sich und nehmen Sie etwas mit für diejenigen, die daheim geblieben sind. Wenn die Sonne lacht, dann lacht auch das Herz. Herzlich Willkommen und damit ist dieser schöne Markt offiziell eröffnet. Heiligen Kreuzer Klostermarkt ist wirklich super. Da gibt es Produkte aus ganz Österreich und darüber hinaus. Handgeschriebene Ikonen. Rüde. Lasssacken. Honig, Mohn und Sesam. Steiermarkprobesier. Hier gibt es lauter tolle Sachen und für viele Kinder gibt es hier bestimmt sehr viel Spaß. Wir sind seit den Städten und haben verschiedene Klosterprodukte. Vom Schattenstift in Wien und auch auf der Attraktion sind die Kirschen aus dem eigenen Foliengewächshausen. Ganz wunderbare Lippenhöre anzubieten. Und auch eine sehr schreckhafte, herzhafte Klosterwollste. Finde für alle Geschmäcker was. Das ist ein Heilkräutertrank auf Basis von Löwenzahn. Jede Menge Mondselten und Nusszelten. Alles was mit Kräutern zu tun hat. Honig und vor allen Dingen natürlich unseren allseits beliebten geräucherten Karpfen. Holz aus Bethlehem. Und wir haben Weihrauch, Gewürze aus Ägypten. Bei uns gibt es das Künstliche Biofranstift schlägt. Waldhonig und Blütenhonig aus unserem eigenen Anbau. Es freut mich jedes Jahr wieder hier zu sein. Es betrifft auch viele Bekannte und Freude. Okay. Jetzt haben wir die Uhr schon mal. Okay. 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 Wenn sie dieses Jahr nicht dabei waren, dann halt nächstes Jahr.